Bier kriegst du überall und das ganze Auftreten, Marke und Image ist, glaube ich, wichtig zu sein. Derbe lustige Werbung. Genau, die haben sich so zu einem Kultbier entwickelt. Die sind so derbe, aber herzliche Leute. So soll es so rüberkommen. Derbe. Derbe? Was ist derbe? Derbe ist hart, aber herzlich. Hart, aber herzlich. Wie so Seemänner halt sind. Die auf den Kiez gehen abends, weggehen, auch mal Wasser zu Hause lassen, die beim Bier trinken. Sowas. Derbe. 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 Derbe.